Ich grüße euch, ich bin der Alex und in dem Video möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir fast täglich gestellt wird. Egal ob auf YouTube, auf Instagram oder per E-Mail, ich bekomme immer wieder Fragen zu diesem Gateway. Und die Frage lautet wortwörtlich, kann man damit Helium machen? Was ist das für ein Gateway? Das ist eine Hardware von Dragino und da möchte ich jetzt kein spezifisches Modell ansprechen, sondern das betrifft eigentlich die ganze Dragino Gateway Reihe. Und es ist etwas verwirrend. Zum einen mal scheint Dragino als Hersteller bei diesem Helium Netzwerk auf. Zum anderen, wenn man dann nach Google, ist das jetzt möglich, dann bekommt man eigentlich zwei Antworten, einmal Ja und einmal Nein. Und da möchte ich mal darauf eingehen, was geht jetzt, was geht jetzt nicht. Und zum anderen ist es ja auch die Sache, diese Helium Gateways, das ist ja Mangelware. Da wartet man oft zwei, drei Monate, bis man eines bekommt. Das ist mal die eine Sache. Dragino kann die sehr schnell liefern. Die bekommt man zum Teil auch auf Amazon oder gewisse Elektrofachhändler haben auch das im Sortiment. Und die andere Sache ist auch der Preis. Denn diese Gateways von Nebra oder Bobcat oder wie die alle heißen, die kosten schon so um die 400 Euro, während man solche Geräte je nach Modell zwischen 100 und, ja, nehmen wir mal 200. Wobei 200 ist schon sehr hoch. In etwa sind es so 150 Euro. Wie gesagt, je nach Modell. Und in dem Video möchte ich jetzt hier einfach mal die Frage beantworten, kann man damit jetzt mit dem Helium Netzwerk etwas anfangen oder auch nicht. Das ist hier so Thema. Kurz zum Intro, der muss sein und dann geht es auch gleich los. Zuerst möchte ich mich hier mit euch kurz über den Hersteller Dragino unterhalten. Zum einen mal, der produziert ja diese ganzen Gateways. Der produziert aber noch viel mehr. Da gibt es zum Beispiel viele, viele Sensoren für das LoRaWAN Netzwerk. Und es gibt dann auch hier so Development Boards oder Arduino Shields. Das ist hier vor allem für die Bastler interessant. Oder man sagt ja jetzt Maker dazu, die sich halt hier für diese ganze Technik sehr intensiv interessieren, die auch damit herum experimentieren. Und bei den Gateways, da ist es jetzt so eine Sache, die sind ja grundsätzlich vorgesehen für das Thing Network oder für Chirpstack oder so. Also für diese LoRaWAN Netzwerke, die nicht zum Generieren von Kryptowährungen gedacht sind, sondern hier wirklich zum Transport von diesen LoRa-Daten. Und bei dem Hersteller ist so, da läuft ja so ein Linux-Betriebssystem auf diesem Gerät. Da ist so ein Chip drinnen und das nennt sich OpenWAT. Und da kann man dann halt auch selbst so Pakete installieren. Und so ist ja im Endeffekt auch so ein Bastel-Gateway, kann man dazu sagen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel Single-Channel-Gateways, Dual-Channel-Gateways. Das, was ich hier habe, ist so ein Dual-Channel-Gateway. Und dann gibt es noch die Multi-Channel-Gateway. Das ist zum Beispiel dann das LG 308. Das LBS 08, glaube ich, heißt das. Oder LSB oder so. Also ich weiß jetzt nicht genau. Da gibt es viele Gateways, könnt ihr euch ja mal selbst informieren. Und die unterstützen Multi-Channel, das heißt diese 8 Kanäle und auch Multi-Spreading-Faktor. Das ist ganz wichtig. Denn das Helium-Netzwerk arbeitet ja nur mit OTAA. Bei der Fing's Network und bei anderen Netzwerken gibt es ja noch diese Activation by Personalization. Und bei der Fing Network ist das einfach nur diese Over-the-Air-Activation, also OTAA. Und diese OTAA-Activation, die läuft über verschiedene Kanäle und auch mit verschiedenen Spreading-Faktoren. Und diese Single- und Dual-Channel-Gateways, so wie ich es hier habe, die unterstützen aber nur einen Spreading-Faktor und einen oder höchstens zwei Kanäle. Somit fallen diese Gateways schon mal komplett aus der Liste. Das heißt, ihr könnt hier mit diesem Helium-Netzwerk überhaupt nichts anfangen. Und bei diesen 8 Kanal-Gateways, die es jetzt da so gibt, da kann man dann eine spezielle Software installieren. Das nennt sich dann hier ein Backhead-Forwarder und das ist dann im Endeffekt so ein Data-Only-Hotspot, kann man dazu sagen. Und dieser Hotspot, der kann jetzt hier nicht direkt minen, weil das große Mining, wo wirklich das Geld generiert wird, das passiert ja hier bei Proof of Coverage. Das heißt, zwei Gateways, die synchronisieren sich hier miteinander, zumindest wird hier gecheckt, sind die in Reichweite und damit wird der Standort bestätigt. Und je nachdem, wie viele Gateways man hier in Reichweite hat bei diesem Helium-Netzwerk, desto mehr kann man auch hier generieren. So funktioniert das. Und dann gibt es die andere Sache, das ist hier ein Data-Only-Hotspot. Das ist das, was man hier mit diesen Geräten auch machen kann. Das heißt, die werden genauso ins Helium-Netzwerk integriert und wenn hier ein LoRa-Datenpaket ankommt, wird das auch weitergeleitet. Aber man verdient eben nicht an diesem Proof of Coverage, was der große Teil ist, sondern man verdient dann hier nur lediglich an dieser Datenübertragung. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht das überhaupt Sinn? Vor etwa zwei Monaten habe ich bereits ein erstes Video über das Helium LoRaWAN-Netzwerk hier auf meinem Kanal veröffentlicht. Und da ging es so um die Grundlagen, da habe ich euch auch diese Helium-Map gezeigt und da haben wir gesehen, über so ein Gateway, da kann man ziemlich viel herausfinden. Und wenn man hier so auf der Map mal in der Region, wo man das Gateway auch aufstellen möchte, hier mal nachschaut, ob es hier jetzt einen LoRaWAN-Traffic gibt und es den geben sollte, dann macht so ein Data-Only-Hotspot Sinn. Ansonsten werdet ihr damit genau nichts verdienen. Jetzt habe ich bei mir in der nächsten Stadt mal nachgesehen, da sind aktuell sieben Miner von Bobcat, von Nebra und keine Ahnung von wen auch immer aufgestellt. Und die sind miteinander auch synchronisiert, das funktioniert. Und dann habe ich mal gesehen, wie viel LoRaWAN-Traffic von so Sensoren gibt es hier. Und die traurige Nachricht war, null Datenpakete. Das heißt, diese Gateways, die verdienen rein nur auf diesen Proof-of-Coverage-Mining, aber nicht am Datentransfer. Ist auch klar. Seit zwei Wochen freuen sich diese Gateway über Regen-Traffic, sage ich mal. Es kommt hin und wieder etwas und das bin ich, denn ich bin hier mal mit meinen Sensoren durch diese Stadt gefahren, habe dann hier mal wirklich die ersten Datenpakete in das Helium LoRaWAN-Netzwerk gesendet. Das ist auch übrigens Thema hier demnächst auf meinem Kanal, wir werden Sensoren in dieses Helium-Netzwerk integrieren. Das ist eine wirklich spannende Sache. Bei Tragino ist ja das Problem, warum dieses Proof-of-Coverage nicht funktioniert, da braucht man aktuell einen Sicherheitschip. Das heißt, diese zugelassenen Gateways, Approved Gateways sagt man dazu, die haben so einen Sicherheitschip integriert, der für diese Blockchain da verantwortlich ist. Fragt mich nicht so genau, habe ich mich jetzt hier nicht auseinandergesetzt. Ich habe auch selbst hier keinen Helium-Miner, sondern nur diese LoRaWAN-Gateways. Und jetzt gibt es aber hier etwas Neues und zwar hier von Tragino. Da wird jetzt das erste Gateway kommen, das so einen Sicherheitschip integriert hat. Das ist das HP0D, nennt sich das. Und das hat dann so einen ATECC-608-Chip. Das ist so ein Sicherheitschip, der ist hier dann in diesen Gateway verbaut. Und damit funktioniert dann auch das Helium-Mining. Ich werde euch das am Blog verlinken. Ich kann euch nicht sagen, es ist ganz neu, die Info ist erst im November 2021 herausgekommen. Und ich weiß auch nicht, was das Gateway kosten wird. Aber ihr könnt euch das mal anschauen. Das wäre dann wirklich von Tragino das erste Gateway, das auch hier mit Helium kompatibel ist. Oder halt mit diesem Mining eben. Um also die Frage zu beantworten, Data-Hotspots lohnen sich aktuell kaum irgendwo, außer es gibt hier wirklich starken LoRaWAN-Traffic. Aber durch meine Projekte, die ich jetzt in Zukunft vorhabe, zum Beispiel hier so etwas ist das. Das wird hier so ein Board mit einem GPS-Tracker, den wir hier dann mal verbinden mit diesem Helium-LoRaWAN. Dann wird es dann vielleicht interessant, da werden dann einige mitmachen und dann irgendwann vielleicht in ein paar Jahren, wenn dann hier wirklich viele Sensoren existieren, dann macht so ein Data-Only-Hotspot auch Sinn. Also aktuell, wenn hier jemand wirklich am Geldverdienen interessiert ist, dann kauft hier wirklich diese Approved Miner. Mit denen könnt ihr aktuell arbeiten oder wartet auf dieses neue Gateway von Tragino. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ansonsten wir sehen uns demnächst dann bei diesen Helium-LoRaWAN-Projekten.